Miriam, ne? Die ist vollbraun geworden. Mhm. Die mussten Pferd einschläfern. Das war auch ganz jung. Gemein, oder? Arme Miriam. Scheiße. Das ist doch eh alles nur Placebo. Ach ja? Bist du Ärztin? Ari, gibst du mal bitte den Teller? Ari? Und? Warst du beim Röntgen? Ist der Heizwürfel gebrochen? Nee. Aber angebrochen. Da kann man nicht so richtig was sehen. Was hast du denn eigentlich mit dem Freak gemacht im Auto? Sag doch mal. Wir haben gefickt. Komm. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder esse was er kann. Nur nicht sein Nebenmann. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Wir haben uns nicht ہے. Geben Sie. Das war's für heute. Wo ist denn Papa? Der ist heute noch nie nach Hause gekommen. Das war's für heute.